Er hat ein lustiges Zwickern in seinen Augen. Hör nicht auf ihn, Mom. Wenn Talis viel über Pferde wüsste, würde er nicht auf Umbo reiten, oder? Ich an deiner Stelle würde auf Talis hören. Viele Aufführungen werden in ca. 5000 Personen veranstaltet. Wir haben Glück. Eine Abteilung der Wüstenpolizei bringt uns ein Ständchen. Bist du? Jetzt sag schon, Talis. Wir werden gleich sehen. Ganz sicher. Feuersturm wird gewinnen. Es ist nur eine Stange Geld. Los, setzen Sie. Vertrauen Sie mir. Setzen Sie alles auf Feuersturm. Es ist nur eine Stange Geld.